Kreiskollaps steht bevor. Allemann in Sicherheit. So, wo gehen wir diesmal hin? Ich geh mal hier hin. So, jetzt mal was anderes. Nicht nur die Anstalt. Wir wollen ja auch mal andere Gebiete mal ausprobieren. Erkunden. Ich glaube, das ist diese Villa, oder? Kann das sein? Alles klar, also auf dem Dach ist schon mal nicht viel los. Potenzieller Kollaps entdeckt. Jeder sollte sich in die angegebene Sicherheitszone begeben. Eine Kiste. Nein, nicht die Waffe. Der Spitfire war schon gut. Mann, ich glaube, ich sollte lieber anstatt hier... Warte mal, kann ich dieses Scope eigentlich hier einsetzen? Leider nicht. Ich muss Heilung mitnehmen. Das ist wichtiger für mich. Äh, wir müssen gleich schon weiter. Sehe ich gerade. Oh, Mann. Ich bin ziemlich weit weg. Ja. 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 Ich muss los. Äh, Stufe 1. Ich glaube, das wird knapp. Aber wir müssen es irgendwie probieren. Ich bin definitiv zu weit weg von der ganzen Geschichte. Achtung, Vorräte im Anflug. Achtung, Vorräte im Anflug. Achtung, Vorräte im Anflug. Alles gut. Ach, da fährt einer. 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 Nein, ich habe ihn nicht gedlten. Ich habe ihn nicht gedrückt. Ein Schalldämpfer ist auch cool. Hier ist schon alles leer. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich werde attackiert. Da war einer, oder? Ich glaube, da habe ich einen ins Wasser plumpsen, zumindest gehört. Ich weiß nicht. Da ist einer. Da steht einer. Aber der muss jetzt auf jeden Fall sich bewegen. So bewegt er sich nicht. Das muss man nicht verstehen. Der stand halt die ganze Zeit hinterm Baum. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. So, ich versuche mal rüber zu schwimmen. Vorratslieferung unterwegs. So, ich versuche mal rüber zu schwimmen. So, ich versuche mal rüber zu schwimmen. So etwas, glaube ich, dass ich jetzt nicht Crawler Japaner musste. Vielen Dank. Klagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Ich habe einen gesehen. Vor mir. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay. 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 Die hat mich gesehen Achtung, weiterer Kollaps erwartet, such die Sicherheitszone auf Boah, ich hab mich erschrocken Der hat mich gesehen, fuck Hab ich mich erschrocken Okay, der musste leider sein Kreiskollaps steht bevor Alle Mann in Sicherheit Wo? Wooh! Schatz, ein Sniper Achtung, Vorräte im Anflug Ist ja schon weg Fuck Weiterer Kollaps erwartet Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone Mann, 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 wo ist denn der? Ich hab den irgendwie verloren Ich hab den irgendwie verloren Fertig, 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 fertig Was ist denn der? Ich hab den, der? Vorratslieferung unterwegs Vorratslieferung unterwegs Wooh! Junge, Junge, Junge Ich bin total angespannt Bin total angespannt Ich 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 bin total angespannt Nur noch vier Leute. Scheiße. Rechts ist einer von mir. Für die ganze Zeit. Für die ganze Zeit. Jetzt weiß ich, wo der Typ ist. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Okay. Okay. Fuck. Schade. Schade. Dritter. Aber? Gar nicht mal so schlecht, oder? Gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao Leute!